Herzlich willkommen liebe Wir sind Movies Gemeinde zu einer neuen Kritik. Heute geht es um Power Rangers und bevor ihr denkt, was ist mit Wir sind Movies? Nein, natürlich habe ich mir einen Spaß erlaubt. Wir sind immer noch auf Maximilian Fischers Kanal, aka Marius Scholz Kanal, Scholzes Kanal. Aber was stimmt ist, dass es um die Power Rangers geht und ob die für uns eine Kindheitserinnerung geblieben sind oder jetzt auch in der Neuzeit bestehen können, das erfahrt ihr bei Wir sind Movies. Ach ja, ich muss gehen. Tschüss. Die Frage, die sich wahrscheinlich jeder in meiner Generation gestellt hat, der gewusst hat, dass dieser Power Rangers Film jetzt in die Kinos kommt, ist, ob der Charme, den vielleicht, vielleicht konnte er auch keinen Charme aussprühen, der Film und die Serie der Power Rangers in den 90ern versprüht hat. Kann man das in diesen Film rüber retten und kann der Trash-Faktor der alten Serie und der alten Filme erhalten bleiben? Wird er erneuert? Und wie fern kann man das noch überhaupt in einen Film ummünzen, der 2017 in einem Superhelden dominierten Kino funktionieren? So, das ist jetzt die Frage und die Frage kann ich jetzt nicht so ganz klar beantworten, deswegen mache ich am besten eine Filmkritik drüber. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich habe die damalige Serie, die schlag mich tot, samstags oder sonntags, vormittags immer auf RTL lief, habe ich sehr lange verfolgt. Natürlich nicht damals mit der Erkenntnis, dass das ein richtiges Trash-Format ist, sondern ich habe es einfach geschaut, weil ich es geil fand, wenn die Power Rangers gegen böse Buben gekämpft haben und sich am Ende diesen riesigen Roboter transformiert haben. Das kann ich Transformers übrigens nicht, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich immer geschaut. Aber die Power Rangers waren, wie gesagt, ein Teil meiner Kindheit. Deswegen hatte ich natürlich auch Bock, die Neuverfilmung zu sehen, aber auch, weil ich mir schon im Hintergrund ein bisschen gedacht habe, dass das vielleicht nicht einfach nur ein Trash-Film wird, sondern dass da tatsächlich auch ein bisschen anderer Ansatz dahinter stecken könnte. Und tada, im fertigen Film hat sich das teilweise sogar bestätigt. Denn was den neuen Power Rangers von dem alten Kostüm-Trash-Format unterscheidet, ist erstmal, dass er probiert, ein bisschen mehr auf die Hauptfiguren und ihre Hintergrundgeschichte einzugehen. Das probiert er vor allem in der Weise zu machen, dass er so ein bisschen Breakfast-Club-Touch reinbringt, nämlich die Figuren darstellt. Es gibt einen, der ein bisschen strebsam ist, dann gibt es so einen, der verschlossen ist, den coolen Anführer und ja, noch ein paar Mädels, weil die Mädels müssen immer drin sein. Also Love-Interest, obwohl das in dem Film noch gar nicht angeschnitten wurde. Der Trash-Charme ist weitestgehend weggewicht. Problem ist, nur weitestgehend, nicht komplett. Und da haben wir sozusagen das erste große Problem des Films. Der Film hat, der weiß nicht, was er ist. Der weiß nicht so richtig, was er sein will. Denn, ich würde jetzt mal grob schätzen, dass er an die zwei Stunden geht. Und so die letzten 25 Minuten sind das, was die alten Serien und Filme waren, aber eben auch nicht so trashig, dass man sagen kann, ja komm, macht einfach, was ihr wollt. Ich gucke einfach und denke dran, dass ich wieder ein kleines Kind bin. Weil, das Problem ist, der Film kann sich nicht ausbalancieren. Die ersten, sagen wir mal, Stunde, die erste Stunde meinetwegen, ist Coming of Age. Wer das nicht kennt, es geht darum, dass Jugendliche und Kinder oder wer auch immer, ganz generell gesprochen, in gewisser Weise während der Filmhandlung zu sich finden, weil sie älter werden, weil sie reifen. Und genau das passiert hier. Die Jugendlichen, die wir im Film antreffen, die fünf lernen sich kennen und müssen dann irgendwie damit klarkommen, dass jetzt offensichtlich irgendwas mit ihnen passiert. Und ich habe mich lang gefragt, der Film ist jetzt eigentlich gar nicht so mega gut, er ist aber auch nicht wirklich schlecht. Aber warum, ertappe ich mich selbst dabei, wie ich doch noch so Bock auf den Film jetzt habe, während dem Film. Und das ist der große Pluspunkt daran. Insofern, die Protagonisten, also die fünf Protagonisten, sind echt cool. Da kann man ein paar Abstriche machen. Es sind, wie gesagt, unsere fünf Power Ranger. Davon fand ich zwei jetzt nicht so erwähnenswert. Das war der schwarze Ranger und die gelbe Rangerin, sagt man das so? Keine Ahnung. Und die anderen drei, der Anführer, der rote Ranger, der blaue Ranger und die pinke, rosa Rangerin, ich bleibe jetzt einfach dabei, waren echt cool. Also es waren wirklich Charaktere, wo ich gesagt habe, ich kann mit denen jetzt immer was anfangen. Da gibt es, wenn das auch oft ein bisschen cheesy war, wie sie dann da standen und wirklich alle Gefühle, die sie gerade haben, überhaupt in keinen Kontext setzen, sondern einfach sagen, ich fühle mich jetzt deshalb so und so und wir sollten deshalb so und so sein. Ja, es ist halt dann, vielleicht rede ich mir das jetzt ein bisschen schön, aber es ist ein bisschen so zielgruppenorientiert, dass man das halt 14-, 15-jährigen Kindern, Jugendlichen sagen muss, wie die sich jetzt gerade fühlen. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie es, wie gesagt, nur in den Kontext stellen. Dieser Breakfast Club-Anstrich war schon im Trailer irgendwie zu vermuten, wird dann im Film auch als Trumpfkarte ausgespielt. Aber wie ich finde, nur in der ersten Hälfte und da auch nur mit Abstrichen. Also es scheint auch irgendwie so eine Budgetfrage zu sein, denn wer den Endkampf sieht, der wird verstehen, dass man nicht über die komplette Länge die Power Rangers schon ins Kampfgetümmel werfen kann und eben in ihre Kostüme, sondern der Endkampf wird wahrscheinlich den Großteil des Budgets verschlungen haben und deswegen scheint aus der Not herausgeboren, dieser figurenzentrierte Ansatz am Anfang zu stehen, der auch echt gut funktioniert, aber in vielen Punkten weiter hätte ausgebaut werden können. Die Hauptfigur ist natürlich dieser klassische Leader, gespielt von, Vorname habe ich vergessen, Montgomery, der aussieht wie Zac Efron, spielt wie Zac Efron ein bisschen, auch dieser Hauptrollen-Charme an sich hat und der hat mir sehr gut gefallen. Ich stehe irgendwie auf diesen Red Ranger, der hört sich komplett falsch an. Der Red Ranger war natürlich immer in meiner Kindheit das große Vorbild und deswegen fand ich die Figur hier auch echt cool gespielt. Ich finde, das ist ein Lead-Actor mit Potenzial auch in der Zukunft, auch wenn ich von dem jetzt eigentlich nur diese Rolle kenne, aber die hat er relativ gut gespielt. Dann hat auch Becky G eine Rolle, die vielleicht einige als, also das ist eine Popsängerin, die man unter Umständen kennt, wenn man sich so ein bisschen im Teenie-Pop unterbewegt wie ich, die den Yellow Ranger spielt, die macht das nicht besonders gut, aber es gab schon schlimmere Musiker, die sich als Schauspieler versucht haben. Und wer mir aber wiederum ganz gut gefallen hat, ist die Naomi Scott, die den Purple Ranger, den pinken Ranger spielt. Die spielt praktisch so die weibliche Hauptrolle bei Power Rangers und macht ihre Sache auch echt gut, ist auch eine der sympathischeren Figuren, obwohl natürlich alle relativ gut sind, aber von dieser guten Ebene heben die sich nochmal ein bisschen ab. Trotzdem waren das alles so richtig originäre Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatten, mit denen man sich eigentlich so ganz grundsätzlich identifizieren kann. Zumal gab es dann noch was anderes von, ich weiß nicht mehr welches war, ich glaube es war die gelbe Rangerin, wo dann noch ein Problem etabliert wurde, wo ich gedacht habe, super, das war sehr subtil, das hat mir gefallen, das kann man echt so machen. Und wie gesagt, insgesamt hat genau der Part des Films super funktioniert. Und da habe ich auch wirklich lange Zeit des Films gedacht, ey, das ist überraschend cool. Und ich habe echt keine Probleme, mir das anzugucken, weil es auch mal, und vielleicht kann man da mich jetzt nicht ganz verstehen, ein Stück weit tatsächlich was anderes ist im heutigen Kino. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Vergleich, auch wenn das vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen waghalsig ist, Doctor Strange aus dem letzten Jahr ziehe, wo es für mich persönlich so war, dass ich mit Stephen Strange einen interessanten Protagonisten hatte, der dann aber nach zehn Minuten direkt schon seinen Autounfall hat und dann auf einmal zu Doctor Strange wird, wo ich echt so gedacht habe, schade, ich hätte lieber mehr vorher gesehen und weniger nachher, weil das nachher kenne ich aus allen anderen Marvel-Filmen. So hat es meiner Meinung nach nämlich der Power Rangers Film gepackt, zu sagen, wir stellen unsere Figuren in das Zentrum des Films und lassen die jetzt erst mal in dieser Welt interagieren und gucken, wie die sich verhalten. Wie gesagt, die erste Hälfte setzt sich vor allem mit der Figurenentwicklung zusammen. Das wird manchen vielleicht sogar zu viel Origin sein. Es gibt auch eine ausgedehnte Trainingsmontage, bevor sie zu den Power Rangers werden. Die fand ich auch cool. Das wird alles von einem richtig stimmigen Soundtrack untermalt. Von Brian Tyler. Ich wollte mich vorher noch jetzt informieren. Es gibt einen Regisseur, der Brian Taylor heißt, der ist es glaube ich nicht. Und der Komponist, den ich meine, war für die Fast and the Furious-Reihe verantwortlich, was vielleicht erklärt, warum mir der Soundtrack so gut gefallen hat. Und um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, der Soundtrack ist definitiv ein Pluspunkt. Das große Problem, das Power Rangers hat, ist, ich habe in der ersten Hälfte, wie gesagt, diesen Coming-of-Age-Touch und in der zweiten Hälfte kehrt er dann dahin zurück, was Power Rangers dann in den 90ern oder 80ern groß gemacht hat, nämlich die Roboter-Action und die Kampfanzüge und gegen böse Buben prügeln. Das wird dann relativ trashig aufgezogen. Es gibt sogar den Power Rangers Titelsong zu hören und das macht auch alles Spaß, aber es wirkt so wie ein Fremdkörper, wenn ich vorher eben diese Coming-of-Age und diese figurenzentrierte Geschichte aufbaue. Und da hat man irgendwie nicht so ein Gleichgewicht gefunden, obwohl er auch da seinen eigenen Trash-Faktor ein bisschen ironisch bricht, aber das halt nur aufgrund der begrenzten Zeit in Maßen. Und ja, wenn da noch ein bisschen mehr Laufzeit drin gewesen wäre oder wenn man diesen Endkampf, der ein bisschen lang geraten ist, ein bisschen gekürzt hätte, hätte man da auch mehr rausholen können. Leider Gottes funktioniert es dann aber auch wirklich nur bis zu dem Punkt, als sie dann wirklich mit ihrer Kraft und dieser, ich nenne es jetzt mal Mythologie, der Power Rangers konfrontiert werden, weil du hast eben dieses super cheesy Trash-Ausgangsmaterial und das kannst du eben aus noch keinem so gegroundeten Film irgendwie rauskriegen. Und das hat man halt mega gemerkt, wenn dann irgendwie Regeln etabliert werden, die total cheesy sind und ich echt so, wo es mir dann den Rücken runterläuft und dann fangen auch eben diese Gespräche an mit, ja, wir müssen zusammenhalten und dies und das, was grundsätzlich echt cool ist und ich fand das Konzept dahinter auch cool, dass es eben heißt, nur wenn wir alle wirklich zusammenarbeiten, können wir als Power Rangers funktionieren, nichts dagegen, aber es ist dann auch immer eine Frage, wie man es ausführt. Und wenn man dann über die Ausführung des letzten Aktes, vor allem der letzten 25 Minuten redet, ist es dann echt so, da gab es dann diese Classic Power Rangers Momente, zumindest angedeutet, immer noch so, dass man vielleicht sagen kann, okay, das kann jetzt noch in der Welt, die jetzt eine Stunde etabliert wurde, stattfinden, aber es ist halt doch schon, wenn du weißt, wo es herkommt, ein bisschen seltsam und genau das war dann letztlich das Problem hinten raus beim Film. Dann wird noch der Megazord irgendwie beschworen, den sah man ja auch schon irgendwie im allerletzten Trailer oder so und das ist alles cool, aber irgendwie hat es nichts von diesem handgemachten Charme der alten Power Rangers Sachen, auch wenn das natürlich Blödsinn war, aber es ist dann halt mehr Transformers und weniger halt irgendwie sowas 90er Trash-Schammerndes und daran scheitert der Film letztlich hinten raus so ein bisschen. Die erste Stunde würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, hätte ich gar kein Problem damit. Was dann hinten raus passiert, ist halt wie gesagt so ein Stück weit fragwürdig. Die Designs an sich fand ich so mittelmäßig, muss ich leider auch nur sagen, vor allem die der Power Rangers, das hat mir nicht so gut gefallen. Da hätte ich mir auch ein bisschen was, wie soll ich sagen, ein bisschen was Kriegermäßigeres gewünscht oder einfach nur was Simplifizierteres und nicht so was total far out. Das war so Iron Man Anzug mal 5000 an Details und das hat irgendwie nicht so in diese Welt gepasst, vor allem dann auch mit den ganzen CGI-Effekten, die dann am Schluss noch da waren. Das war alles ein bisschen überladen. Man muss sagen, dafür, dass das wirklich so ein Kostüm und over the top Film ist, ist das echt gelungen, was man da gemacht hat und für den zweiten Teil ist da definitiv Potenzial. Man hat jetzt zwar diesen Indie-Touch ein bisschen verspielt für den Auftakt, aber den kann man immer noch im zweiten Teil aufgreifen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, es gibt eine Lagerfeuerszene, in denen sich die Leute dann ihre tiefsten Geheimnisse offenbaren, was nicht schlecht ist, was ich auch finde ein bisschen Emotionalität erzeugt. Aber warum muss es denn in unserer heutigen Zeit, wenn ich probiere, auf modern zu machen, warum muss es denn an so einem Lagerfeuer, in diesem Western-Setting sein? Ich meine, wir sind in der Neuenzeit, warum kann man nicht in eine Kneipe gehen? Warum traut man sich nicht da auch ein bisschen, ja, einfach gegen den Strich zu kämmen? Es gibt da solche Brocken-Gestalten, die von den Power Rangers verprügelt werden. Die haben mich ein bisschen an die Steingötter aus dem neuen Noah-Film von Aronofsky erinnert. Die sind halt extrem langweilig, das sind Kieselsteine, die aneinandergeklebt sind. Und ich meine mich in der Originalserie daran zu erinnern, dass da, gut, das waren jetzt schon ein paar verrückte Gestalten, aber die waren wenigstens cool angezogen und hier sind es halt Steinbrocken. Dazu kommt, dass der Hauptgegner einfach ein wabbeliges, goldenes Drachenvieh ist, das komplett charakterlos ist. Und im Gegensatz zu dem Monster-Roboter, den die Power Rangers haben, der wahrlich jetzt auch nicht perfekt designt ist, fällt der aber komplett ab. Und da hätten wir sich vielleicht doch noch ein bisschen, ja, was ausdenken können, wie man die Gegner interessanter gestaltet. Denn Rita Repulsa, die von Elizabeth Banks gespielt wird, die Hauptantagonistin, die sah tatsächlich ein bisschen, ja, extravaganter aus, hat auch das so gespielt, vielleicht mal ein bisschen drüber gespielt, aber trotzdem eine Abwechslung zu diesen Larifari-Monstern, die es gibt. Trotzdem würde ich als Fazit sagen, wenn ihr mal so ein Stück weit was anderes sehen wollt, als jetzt diese, ich nenne es jetzt wieder ein bisschen gehässig, 0815 Marvel-Formel, dann könnte Power Rangers tatsächlich was sein, was euer Interesse wecken könnte, wenn man ein paar Augen zudrückt. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Sachen, die sie in der Geschichte so definiert haben, ich mochte die Action nicht so, was man vielleicht noch sagen kann. Der Regisseur, der auch Project Almanac gemacht hat, hat einen ganz guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Das kann man ruhig mal so sagen. Den Namen spreche ich nicht aus, weil es wahrscheinlich ein Zungenbrecher wäre und ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Aber wer Project Almanac gesehen hat, der wird auch genau wissen, was ihn jetzt bei Power Rangers erwartet. Insofern war das wirklich ein nachvollziehbarer Schritt, den da an den Regiestuhl zu lassen. Ja, wie gesagt, kann man machen. Und ich gebe dem Film auch 6 von 10. Mehr ist es leider nicht. Der neue Ansatz, den Power Rangers wählt, ist einer, den ich dem Franchise gar nicht zugetraut hätte. Nämlich, dass ich mich getraut habe, etwas Coming-of-Age reinzubringen. Zwar nicht in vollem Maße, so weit, wie man es hätte vielleicht ausreizen können, aber in einem Maße, auf dem man aufbauen kann für eine etwaige Fortsetzung. Am Ende verliert sich der Film dann ein bisschen in Trash-Action. Kann man ihm nachsehen, denn immerhin war das ursprüngliche Power Rangers ein einziges Trash-Format. Deswegen gibt es von mir wohlwollende 6 von 10 mit einem positiven Gefühl für weitere Einträge. Das war das Video. Ich empfehle euch, keine Ahnung, den Kanal zu abonnieren. Ich empfehle euch, auf dem Kanal meines Gastes vorbeizuschauen. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Den verlinke ich jetzt hier irgendwo. Bewertet das Video. Noch irgendeinen coolen Gag. Go, go, abonnieren. Tschüss.